Meinen Schwanz? Ja, das kann ich versuchen. Ich habe den vorhin immer angezogen, weil ich so viel Angst hatte. Angst brauchst du nicht zu haben. Wenn du merkst, dass du kippst, halte dich einfach wieder am Baum fest. Du versuchst, deinen neuen Dinosaurierfreund zu beruhigen. Na gut, dann wollen wir mal. Paul streckt seinen langen Schwanz nach hinten und traut sich schließlich, den Baum loszulassen. Na also, du stehst ganz allein, jubelst du ihm zu. Paul sieht ungeheuer glücklich aus. Es klappt wirklich. Und es ist ja ganz einfach. Ach, ich war so doof. Auf die Idee, meinen Schwanz zu benutzen, bin ich gar nicht gekommen. Dankeschön. So, dann wollen wir mal sehen, ob du nicht auch ein paar Schritte laufen kannst. Schlägst du vor und in Pauls Augen steht plötzlich wieder die Angst. Hab keine Angst, du schaffst das. Einfach nur einen Fuß anheben, ihn nach vorn setzen und dann den anderen Fuß nachziehen. Siehst du, ich mache es dir vor. Du zeigst Paul, wie er es machen soll. Ganz langsam machst du einige große Schritte, wie ein Platiosaurus sie machen würde. Na los, trau dich. Paul holt tief Luft. Sein rechter Fuß zittert, als er ihn anhebt. Denk an den Baum. Dir kann nichts passieren. Halte dich fest, wenn es sein muss. Beruhigst du den ängstlichen Paul. Doch das ist gar nicht nötig. Er schafft seinen ersten Schritt ganz einfach. Super. Jetzt beweg am besten deinen Schwanz mal zur anderen Seite, damit du dein Gleichgewicht hältst. Und mach den nächsten Schritt. Das ist gar nicht nötig.